ja ja so hochgesprungen und mit hier noch ein bisschen Ruhe. Aber die geben sich ein bisschen gegenseitig. Das ist sehr neus. Das ist natürlich sehr geil gewesen. Boah. Was ist mit ihm, Alter? Er ist ja voll der Psycho-Miller, oder wat? Äh, ich möchte dir was überbringen. Darf ich das? Danke. Du hast die Aufnahme überlebt. Stolz nenne ich dich einen Slam. Das ist sehr schön. Ja, geil. Wir sind alle so stolz, dass du unsere Freunde und Brüder getötetet hast. Du bist einfach nur cool. Und das ist absolut nicht charakteristisch gemeint. Ja. Er ist natürlich angepisst, weil wir seine Jungs alle platt gemacht haben. Die sind ja alle hier totliegend am Boden. Ihr wolltet dieses Ritual. Ihr habt dieses Ritual jetzt ganz klar bekommen. Alle platt. So, wo ist er denn? Werden wir dir mal eben die Nachricht überbringen. Bitteschön. Hab mich schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker, hm? Da du jetzt einer von uns bist, könnten meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Richte Roland aus, dass ich dabei bin. Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Sehr schön. Dankeschön, dass du mir die Tür aufmachst. Finde ich sehr nett von dir. Jetzt musst du ja auch nur aufgehen. So... Töte Spider-Wands. Nicht entdeckt. Dann haben wir ja... Zwei Ziele... Beendet. Dann müssen wir noch Sanctuary für... So... Machst du auf? Oder... Schöne Keule, die du hast. Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombardierung. Oh... Hey, es ist wieder Mörser! Es lässt Mörser all! Oh, verdammt Slap! Ihr müsst diese Mörser aufhalten! Sonst wird niemand übrig sein, wir gehen mit dem Bunker hin! Wenn du mal das Türchen aufmachst... Folge mir! Jack muss einige Transmitter gesetzt haben, um seine Mörser zu leiten! Denn die Transmitter, die zerstören, sind sie geliefert! Ja, das können wir natürlich nicht zulassen! Ich bin natürlich da... Und werde die Helden aber... Das ist mein Slap! Aber nur soweit ich kann! So, das nehmen wir alles mit! Wo ist er denn jetzt? Ja... Werden ihn natürlich... Sir, wir müssen weiter! Wir müssen die Zieltransmitter zerstören! Sie lenken die Mörser! Ich bin... Ui! Der schlägt ganz schön auf ihn an, mit der Faust! Okay... Du stehst mittendrinne! Verdammt! Der Transmitter hat ein Reflektoschild! Warte! Ich schalte ihn aus! Ich zerstöre den Schild! Oh... Scheid des Lackenslap! Greif mit die Transmitter an! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! So! Boah! Ich bin ein bisschen aufpassen... Alter, der lockt hier aber auch, ne? Wenn du der Meinung bist, sauber gekillt, dann will ich das auch mal. Hoffe, dass wir es ihm zeigen, also. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen, also, ne? Ne. Läuft bisher ganz gut. Aber es ist ja auch nur der erste Tanzmittag gewesen. Ja, den auch machst du. Und ich folge dir dann einfach mal ganz geschmeidig weiter, Brick. Jupp, dann machen wir das. Ich bin dabei. Oh. Ganz, ganz vorsichtig, oh. Hilf mir, den Tanzmittag zu zerstören. Mal auf die schnelle Art. Schafft sie von den Transmittag weg. Ja, Butz, das sieht schlecht für euch aus. Euer Boss lässt euch in den Tod stürzen. Für ihn seid ihr nichts wert. Ihr seid eben nur Butz. Nur Butz. So, da haben wir noch ein Butz. Komm her. So, ist er auch platt. Sehr nice, sehr nice, Brick. Ja, das läuft bisher ganz gut. Jetzt können wir noch irgendwas kaufen, oder? Dann knöpft ihr den mal vor. Ich habe mir in der Munition. Ja, finde ich auch. So, wo ist der Transmitter? Hast du ihn vorbereitet? Ich habe den Transmitterschild zerstört. Greif ihn an, Slap. Und da ist er. Platz. Wie. Sehr schwer, wie du gerade siehst. Ist hier nicht. Äh, ne? Hierbei wünscht dir was, oder was? So, war es das jetzt auch mal, oder? Was geht noch weiter hier, Upwigs? So. Das hat Spaß gemacht. Krasser Job heute, Slap. Wir sehen uns dann in Sanctuary. Oh, nur damit du es weißt. Meine Slaps werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, dich zu töten, weil sie hirnlose Idioten sind. Also, nur kein Mitgefühl, wenn du sie umlegst. Habe ich auch nie. Gut, weiß ich Bescheid. Danke. Danke. Das ist sehr nett. Ich hätte jetzt eigentlich vielleicht damit gerechnet, dass wir hier eventuell ein bisschen Entspannung vor deinen Leuten hier dann jetzt haben. Treehorns Divide, da ist die nächste Mission, die würde ich jetzt auch noch sehr gerne abschließen. Ich denke mal, dafür müssen wir dann auch wieder nach Sanctuary, um die einzulösen. Und, ja, wir haben jetzt schon die Hauptmissionen, haben wir jetzt gemacht. Wir haben für ihn die Porno-Häftchen da irgendwie zusammengeschnuffelt, damit er sich schön an den Eiern einbommeln kann. Ja, Catch-a-Ride finde ich auch. Brauchst du aber nicht berühren. Danke. So. Ja, komm, 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 komm. So. Aber nochmal ein Badass rangekriegt, das ist auch nochmal sehr nice. So, ich hoffe, wir müssen hier lang. Hier ist hoffentlich richtig. Aber hier ist noch Sanctuary richtig. Ja, da hätten wir auch noch Sanctuary direkt reißen können. Also, das war ja jetzt Sanctuary Hole. Ach, die Höhle, okay. Da ist ja die Stadt an sich nicht mehr. Dann schauen wir mal. Habe ich ja voll vergessen. Sieht ja jetzt hier nochmal ein bisschen... Underdout. Gucken wir mal. Warum sollte ich schreien, mein Freund? Kuschel doch. So. Nehmen wir mal eben eine andere Waffe. So, habe ich genug geschrien, oder du? Nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen. Buh. Verflucht. Diese Trottel haben ein Segen. Hier. Hinterher. Oh. Oh. Hier. Du hast gar keinen getroffen mit der Granate. So. Walter, du hast gar keine Ahnung, wer du bist, aber sterb. Ja, ich weiß nicht, dass du keine Ahnung aus, wer ich bin. So. Safe. So. Haben wir doch schon mal zwei schöne Sachen da nochmal beibekommen. Neues Maschinenpistöchen, da werden wir auch gleich mal gucken. Aber erstmal kümmern wir uns um diese Kollegen hier. Ich dachte, das nimmt da eigentlich immer selber das Geld. Aber macht er anscheinend nicht immer. Mal, wenn er Bock hat. Ich weiß, mich kann niemand stoppen. So. Was kommt denn hier so? Bist du dumm? Ja. Aber du ätzt gerade ein bisschen sehr. Kannst ja zwar kotzen, aber... Da müsstest du schon treffen. So. Hier. Ich hoffe, der sitzt. Blut auf dem Staub. So. Ach, ich dachte, du wärst platt. Boah, du springst aber, ne? Das wird mich nicht aufhalten. Jupp. Drei müssen wir irgendwie noch killen für die andere Mission, sobald ich... Da mich jetzt, äh... So richtig informiert wurde. Hier.